Das ist die Familie Aydin. Sie war bisher Kunde bei einer ganz normalen Bank und damit gar nicht glücklich. Jetzt sind die vier froh, bei der KT-Bank zu sein. Denn die bietet Produkte und Leistungen, die sich wunderbar mit ihrer Überzeugung vereinbaren lassen. Die KT-Bank nennt das Islamic Banking. Die Familie Aydin einen echten Glücksfall. Durch Islamic Banking können sie sich endlich Wünsche verwirklichen, ohne dafür Zinsen zu zahlen. Denn das ist im Islam verboten. Genauso wie Geld in die Rüstungs-, Tabak-, Alkohol- oder Schweinefleischindustrie zu investieren. Oder riskante Spekulationsgeschäfte zu machen. Oder fahrlässig Kapital an der Börse zu verspielen. Dinge also, die bei normalen Banken schon mal vorkommen. Im Islamic Banking gibt es das alles nicht. Hier legt man großen Wert auf verantwortungsvolles Handeln. Auf Ehrlichkeit, Transparenz und darauf, die Kunden fair zu beteiligen. Uns sind diese Grundsätze so wichtig, dass ein Ethikrat ständig schaut, ob sie auch eingehalten werden. Sie sehen, mit der KT-Bank gibt es endlich ein glaubwürdiges Angebot für wertebewusste Menschen im Allgemeinen und für Muslime im Speziellen. Eine freudige Nachricht. Nicht nur für die Familie Aydin. Noch Fragen? Gerne liefern wir Antworten. Persönlich in unseren Filialen unter der Service-Nummer 069 255 10200 oder per E-Mail unter service-at-kt-bank.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017